Hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen mit den Karten wieder, welche Energien hier wichtig werden können für dich. Je nachdem wann du diese Legung findest, könnte sie wichtige Informationen für dich enthalten. Bitte bedenkt, es ist eine allgemeine Legung, das heißt die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Personanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, was ich für den heutigen Tag zeigen möchte. Was möchte sich hier zeigen? So, dann arbeiten wir erstmal mit den Karten. Wir haben hier den Tod und dann den Narren. Dann haben wir hier den König der Scheiben, die zwei der Scheiben und an der Unterseite die fünf der Schwerter. Die fünf der Schwerter ist als versteckter Hinweis eigentlich eine schöne Energie, weil sie sagt, man gibt hier irgendwie einen Kampf auf. Beziehungsweise überlegt man, wo lohnt es sich zu kämpfen. Der Tod und der Narr ist letztendlich ein Stirb- und Werdeprozess und hier mit dem Narren haben wir den Neubeginn. Mit dem König der Scheiben könnte es sich hier um ein männliches Gegenüber handeln, um einen Kollegen, Herzmensch, Vorgesetzten, kann auch ein Bruder sein. Also es kann hier um eine Person gehen, wo man bisher so ein bisschen hin und her geschwankt hat. Man hat hier ganz klar analysiert, okay, was bringt mir diese Verbindung, was ist eventuell auch in dieser Verbindung passiert. Und wir haben hier eine Pluto-Energie, hier eine Wassermann-Energie. Also es geht um plötzliche Erkenntnisse, um plötzliche Umwandlung einer Situation. Und du hast dafür lange analysiert. Also die Fünf der Schwerter ist so eine, wo man lange mit sich selbst auch im Konflikt stand und hin und her geschwankt hat. Und heute kann es hier gut sein, dass du wirklich sagst, okay, ich beende hier eine Situation und schaue einfach, was ich für mich zeigen möchte. Du lässt los. Eigentlich ist das hier ganz kurz und bündig gesagt, du lässt eine Situation mit einem König der Scheiben los. Ein König der Scheiben könnte jetzt Stiersteinbau-Lungfrau-Energie sein. Es ist aber prinzipiell auch eine Energie für eine Person, die einfach sehr festgefahren ist. Die sicherlich auch eine gewisse Beständigkeit und Stabilität im Leben hat, aber die ja auch nicht unbedingt flexibel ist. Die sich einfach hier irgendwo niedergelassen hat, im Innen wie im Außen und auch nicht bereit ist, irgendetwas zu verändern. Und ich habe so den Eindruck, dass, wie gesagt, entweder du jetzt gegenüber diesem König der Scheiben sagst, okay, stopp, ich bin hier einfach nicht mehr gewillt, diese Dinge auszusitzen, hier zu warten, wie auch immer. Das muss jetzt nicht nur die Liebe betreffen oder ich ertrage einfach diese Unbeweglichkeit nicht mehr, dass sich da einfach nichts mehr bewegt. Wie gesagt, das kann beruflich, privat, das kann jeden Bereich betreffen. Es kann aber auch sein, dass dieser König der Scheiben jetzt beginnt, in einen neuen Prozess zu gehen und hier wirklich stark mit sich selbst ins Gericht geht, eventuell noch in einer eher schwankenden Energie ist, aber es geht hier ganz klar wirklich um Konflikte. Die Konflikte könnten jetzt im Außen gewesen sein oder stattfinden oder es geht um die Konflikte, die man mit sich selbst hier führt und wirklich genau prüft, wo lohnt es sich denn, hier wirklich noch in einen Konflikt zu gehen? Wo lohnt es sich, mit sich selber auch ins Gericht zu gehen? Was würde ich gewinnen, wenn ich kämpfe? Ja, und was würde ich verlieren, wenn ich eben nicht kämpfe? Ja, ich lasse jetzt hier mal noch Karten aus dem Tarot, was kommt danach, springt. Ja, man verlässt hier eine Situation, man geht auf ein neues Ufer zu, könnte sich auch um Umzugsenergien handeln. Welche Energien werden hier noch wichtig? Die zweite Kelche. Man söhnt sich mit etwas oder jemandem aus. Also entweder tatsächlich, dass ein König der Scheiben doch in die Veränderung geht, stirb und werde. Dass es hier um eine Aussöhnung geht oder man söhnt sich mit sich selbst aus oder mit dieser Situation. Also es ist zwar schon so, dass man hier zwei Personen sieht, aber das ist für mich nicht immer die zwangsläufige Situation, dass ich mich mit einem anderen Menschen wieder versöhne und annähere, sondern es kann auch sein, dass man sich mit sich selbst und der Situation aussöhnt. Das wäre hier letztendlich auch ganz klar eine Möglichkeit. Ich lasse mir noch eine Karte springen. Welche Energie wird hier noch wichtig? Welche Energie wird hier noch wichtig? Ja, das waren nicht so viele. Ach, na guckt mal. Das Ast der Kelche und der Hierophant. Das ist auch die Selbstliebe. Wo werden meine Vorstellungen und meine Werte auch wirklich gesehen und ernst genommen? Und hier liegt die Karte des Neubeginns. Also letztendlich ist es so, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder du verlässt hier eine Situation, die einfach unbeweglich war, wo nichts vorwärts ging und gehst für dich in diese Selbstakzeptanz. Du betrittst ein neues Ufer. Du prüfst hier genau, okay, wo macht es jetzt eigentlich noch Sinn? Was macht hier eigentlich noch Sinn? Gehst dann letztendlich in die Entscheidung für dich selbst, in die Selbstliebe. Beginnst hier für dich etwas Neues. Und das Schöne mit den Acht der Münzen ist, du hast bereits Erfahrung. Also egal, um was es sich hier handelt, ob Liebe, ob Beruf, ob Familie, zwischenmenschliche Beziehung, vollkommen egal. Wenn du hier eine Energie verlässt, dann hast du hier Erfahrung und kannst in einen Neubeginn gehen. Es kann aber wie gesagt auch sein, dass dieser König der Scheiben, der in der Vergangenheit sehr unflexibel war, einfach sehr starr und stur, dass es hier zu einer neuen Verbindung kommt, zu einer Versöhnung, zu einer Aussöhnung und dass man hier in einen Neubeginn geht und genau prüft, okay, welche Fehler waren in der Vergangenheit. Das muss jetzt nicht zwangsläufig die Liebe betreffen. Das können auch vorgesetzte Kollegen, Geschwister, wie auch immer sein. Also es sind wirklich viele Wege offen tatsächlich hier. Aber du bist halt extrem gereift. Also du bist auch bereit und ich glaube, wenn es sich ja tatsächlich auch mal auch ein Gegenüber handelt, hat dein Gegenüber ja auch gespürt, okay, jetzt ist hier wirklich Oberlippe, Unterkante. Jetzt hat sich mein Gegenüber tatsächlich entschieden zu gehen und braucht diese Situation oder diese Energie nicht mehr. Und das sage ich ja auch immer, ein System funktioniert nur so lange, wie jeder seine Rolle im System spielt. Und wenn natürlich dann ein Gegenüber spürt, dass du hier bereit bist, tatsächlich zu gehen, dann können sich auch Menschen verändern, wenn das so weiterhin in deinem Leben sein soll. Und dann kann sich dieses System auch ändern. Oder, wie gesagt, du gehst hier für dich in einen absoluten Bande, in einen Neubeginn, aber mit ganz viel Erfahrung. Also so oder so eine gewinnbringende Energie. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene